Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Darts. Ich dachte, ich nutze mal die Gunst der Stunde und erzähle euch, weil ich habe es noch gar nicht so an die große Glocke gehangen. Ich habe es nur einmal kurz inmitten eines anderen Videos irgendwann angerissen. Ich habe tatsächlich jetzt in Riesa und in Hildesheim meine ersten beiden Host Nation Qualifying Turniere der PDC gespielt. Einige von euch werden jetzt darüber lachen, warum ich es erkläre, aber viele von euch wissen vielleicht gar nicht, weil sie neu in Darts sind etc., was die European Tour ist und was ein Host Nation Qualifier ist. Es gibt die European Tour, die spielt in die Pro Tour Order of Merit rein. Das heißt, Ergebnisse, die dort passieren, die werden sich auch später in der Order of Merit wiederfinden. Diese Pro Tour findet normalerweise so um die 16, 17 Mal pro Jahr statt. Dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr gibt es nur vier Events, davon drei in Deutschland. Das Ganze läuft so, die PDC-Member, die spielen in England einen Qualifier dafür und die Associate-Member spielen in Deutschland vor Ort. Also das war jetzt wie gesagt in Riesa und Hildesheim der Fall, beziehungsweise diesmal in Riesa nicht, sondern in Sindelfingen, aber ist erstmal egal. Stell dir einfach vor, dass die Associate-Member, das sind also ausländische Spieler, die noch sich nicht qualifiziert haben, die haben noch vor Ort die Chance, sich zu qualifizieren. Und worum es jetzt geht, das dritte Pizzastück ist die sogenannte Host Nation Qualifier. Da spielen Leute mit deutschem Wohnsitz mit, also unter anderem ich, und spielen da eine Quali aus und die Sieger spielen die European Tour mit. Und das ist nicht irgendeine Tour, wie gesagt, sondern es findet auf der Bühne statt, mit den offiziellen Callern, wer die European Tour nicht kennt. Das ist auf jeden Fall mit die beste Möglichkeit in Deutschland, die Top Stars zu sehen, weil da gehen die meisten Top Stars zu den Turnieren und spielen die mit. Also auch Van Gerven, Gerven, Price, Peter Wright, etc. Das heißt für jeden von euch, der sich vielleicht mal überlegt, ich würde gerne mal Darts in Deutschland sehen, sucht mal nach der European Tour. Da seid ihr auf jeden Fall nicht an der falschen Adresse. Auch nicht an der falschen Adresse seid ihr, by the way, beim Darts Tour Adventskalender. Bevor ich weiterspreche, wollte ich es kurz vorstellen. Ja, ist ein Adventskalender, in dem es verschiedene Ausführungen gibt. Das heißt, wer für die Adventszeit noch was sucht, wir haben auf jeden Fall noch welche da, aber der Lagerbestand schrumpft und schrumpft, weil ihr haut die Dinge einfach so raus. Und es gibt es mit Bord, gibt es ohne Bord, also für Anfänger, aber auch für fortgeschrittene Spieler, die einfach nur die Inhalte wollen, mit allen möglichen Schäften, Flights. Zwei Sets Darts sind drin. Und diesmal sind die Sets Darts sogar ein bisschen zufällig. Das heißt, man kann richtig geil dabei haben, aber es ist kein Set minderwertig. In der Standardversion ist es halt ein Brush Set und ein Steel Dart. Und in der Premium-Version haben wir zwei Tanksenset Darts mit drin. Und sonst halt so viel Equipment, dass ihr auf jeden Fall immer über dem Einkaufspreis rauskommt. Also wenn ihr auch generell mal so ein bisschen Equipment durchprobieren wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall damit auch machen. Und ihr könnt ja den Kalender auch kaufen, direkt aufreißen und habt dann halt ein bisschen gespart. Auf jeden Fall habe ich zwei dieser Host Nation Qualifying Turniere jetzt gespielt. Und ich wollte euch kurz erzählen, wie das abläuft und wie es sich für mich angefühlt hat und wie meine Leistung letztendlich war. Also, das Ganze kann man by the way immer live auf DartConnect verfolgen. Das ist so eine App, wo man halt quasi wirklich live alle Spiele verfolgen kann, die per DartConnect gespielt werden. Da zählen zum Beispiel auch die Players Championships zu, die in England gespielt werden, aber auch die ganzen Qualis hier, die in Deutschland gespielt werden. Das heißt, ihr könnt da auch immer noch anschauen, wie ich gespielt habe. Und wir fangen mal so an. Erstmal war ich jetzt in Hildesheim dabei. Das ist zwei Wochen her. Da sind wir dann nach Hameln gefahren zu meiner Familie. Ich mit zwei Kollegen aus meinem Team, die auch gestern in Riesa da waren. Und schöne Grüße an Benni und Tobi, die auch bei den Captains spielen, die auch beide in der Premier League bei uns spielen. Und wir sind dann nach Hildesheim gefahren. Das Ganze ist so aufgebaut. Du kommst rein, hast mega viele Boards auf beiden Seiten. Du siehst schon, okay, das ist jetzt sehr offiziell. Es hat, wie gesagt, auch offizielles PDC-Turnier. Das heißt, da gibt es dann auch Regularien. Der wurde vorher auch getestet, ob man eine erhöhte Körpertemperatur hat. Das war ein super Hygienekonzept. Das heißt, das war alles so auch safe. Und ich hoffe, dass es auch nächstes Jahr wieder so weitergeht, weil ich hätte da noch weiterhin Bock drauf. Da fängt man an, sich so ein bisschen einzuwerfen. Man sieht ja natürlich halt die ganzen Leute, gegen die man erst mal dann später gewinnen müsste. Also da sind halt, wer das nicht kennt, das ist ja quasi sozusagen die zweite Liga der deutschen Spieler. Die erste Liga hat halt die Tourcard. Das sind nur fünf Leute. Und da sind halt auch solche Maschinen, die halt auch um die 90er-Average spielen. Das heißt, wenn du dich wirklich für die Bühne qualifizieren willst, dann solltest du auf jeden Fall ein ultrakonstantes Spiel mitbringen. Außer gestern, das war eine Ausnahme in Riesa. Aber warum das eine Ausnahme war, dazu komme ich auf jeden Fall später. Auf jeden Fall sind da normalerweise zwei bis vier Startplätze frei, je nachdem, ob Leute absagen oder wie viele Startplätze von Anfang an frei sind. Und es ist roundabout für mich noch nicht möglich, sich zu qualifizieren. Deswegen war ich zweimal nur da, um Erfahrungen zu sammeln. Das habe ich auf jeden Fall. Da spielen halt Leute mit, wie gesagt, es ist schon die oberste Klasse gegen diese Leute. Also wenn du gegen die Leute in Deutschland bestehen kannst, dann kannst du gegen alle in Deutschland bestehen. Außer vielleicht gegen Martin, Gaga, Max, Sippy und Bunse, weil das halt alles die Tourkart-Holler sind. Aber unter anderem so Leute wie Nico Kurz spielen damit, also damit ihr euch mal ungefähr vorstellen könnt, auf welchem Niveau wir uns da bewegen. Also dann mein erstes Spiel. Habe ich verloren. Habe das, glaube ich, genau. Ich habe sechs, vier verloren. Hatte noch Darts zum Decider. Das habe ich schon so ein bisschen erzählt. War in Ordnung. Ich habe 73, irgendwas Average gespielt, also um die 74. Ich tracke mein Average halt auch gar nicht mehr, wenn ich zu Hause spiele. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob das mein normaler Average ist. Aber dazu auch noch gleich mehr. Das heißt, erstes Spiel verloren. Hatte noch Darts auf der Hand für den Decider. Die nutze ich nicht. Er macht das Ding dann zu am Ende des Tages. Und ja, war auf jeden Fall meine erste Erfahrung. Man ist dann halt direkt raus. Das ist hier nicht irgendwie Gruppenphase oder Doppel-K.O., sondern da ist es hart. Du fährst durch ganz Deutschland für ein Dartspiel letztendlich, wenn es nicht gut läuft. Ich habe meine Einstellung zum Verlieren komplett geändert. Vor einem Jahr war ich ja der schlechteste Verlierer überhaupt. Und jetzt nehme ich einfach nur Positivität daraus mit. Ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ich weiß auch jetzt ganz genau, was zum Beispiel gestern nicht so gut lief, woran ich arbeiten muss. Und das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, über die bin ich sehr stolz. Weil Verlieren gehören dazu. Es wird immer dazugehören. Weltmeister kann auch nur einer werden. Und die anderen, die Teilnehmer, verlieren halt ihre Spiele. Irgendwann muss man halt verlieren. Das sollte man auf jeden Fall gelernt haben. Dann war es eigentlich schon vorbei mit Hildesheim. Meine Kollegen haben es leider auch nicht so weit geschafft und sind dann halt wieder nach Hause gefahren. War aber trotzdem eine coole Erfahrung. Und ja, gestern war dann Rieser. Rieser war gestern eine Ausnahmesituation, weil ihr müsst euch vorstellen, es wurden ganze acht Startplätze ausgespielt. Und es waren nur 48 Spieler da. Das heißt, die Chance, dass man es schafft, wenn es jetzt mal komplett geraffelt werden würde, ist 1 zu 6 schon mal, es auf die Bühne zu schaffen. Das Ganze wurde dann auf acht Boards aufgeteilt mit jeweils sechs Personen. Und ich hätte drei Spiele gewinnen müssen, um auf die Bühne zu kommen. Es war wieder gut organisiert. Man kam da an, es war wieder alles tipptopp. Man hat sich eingespielt. Und gestern beim Einspielen, muss ich sagen, ich habe extra die Darts mal vorher zwei Tage zur Seite gelegt. Beim Einspielen hatte ich einen Touch wie, keine Ahnung, lange nicht mehr. Also ich habe wirklich in den ersten zehn Minuten direkt vier 180s geworfen und dazwischen so viele 140er. Also wirklich, das war wirklich krank. Und ich habe da auch direkt zu meinen Kollegen gesagt, also wenn mal bei mir was geht, dann heute, weil ich so einen Touch hatte. Und dann hat sich das im ersten Spiel auf jeden Fall auch direkt so rausgestellt. Ich werde, by the way, keinen gegnerischen Namen nennen, weil ich weiß, ob die das wollen. Und ich werde das, ihr könnt euch das alles nachgucken, wenn ihr das nachgucken wollt. Und mein erster Gegner war natürlich auf dem Zettel schon eine ziemliche Macht, weil ich weiß, dass der in Deutschland einfach auch zur Zeit auf dem aufsteigenden Ast ist. Ich hatte ihn aber schon mal geschlagen in Köln, aber er hatte mich auch schon mal geschlagen. Und somit sind wir mit einer Bilanz von 1-1 in dieses Best of Eleven gegangen. Und meine ersten drei Lacks, die ich hole, sind 15 Darts, 18 Darts, 17 Darts. Daran sieht man, ich bin einfach so der Best of Five Spieler, weil ich habe Best of Eleven noch viel zu wenig trainiert. Das ist auch eine Baustelle, die ich auf jeden Fall gestern gemerkt habe, die Konstanz war irgendwann weg. Okay, ich checke im ersten Leck 112 zum 15er. Er macht das 1-1. Ich spiele 18 Darts zum 2-1. Er spielt 14 Darts zum 2-2. Ich spiele 17 Darts zum 3-2. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 85 bis 88er Average hatte ich stehen nach 5 Lacks. Ist für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Und dann ging es leider kontinuierlich nach unten. Dann habe ich ein dummes Leck verloren, was er mit 23 Darts spielt, was eigentlich nicht passieren dürfte. Und dann hat er das gut zu Ende gespielt. Er spielt am Ende 78er Average. Ich spiele wieder 73,7, also 2x74. Und da ich innerhalb von einem Monat mein Average nicht ein einziges Mal getrackt habe dazwischen, So habe ich jetzt für mich so festgestellt, dass ich so, ja, den Anfang 70er-Bereich werde ich wahrscheinlich jetzt garantieren können. Und darauf bin ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Das wird sich auf jeden Fall noch auszahlen. Und ja, das ist sozusagen mein Niveau, was ich aktuell spiele. Ich weiß, einige von euch wundern sich wahrscheinlich, warum ich nicht so viel Gameplay hier zeige. Es liegt daran, dass ich mein Trainingsschedule sozusagen, meine Trainingspläne, beziehungsweise wie möchte ich trainieren. Ich bin ja relativ methodisch, habe ich schon mal angesprochen. Das passt manchmal nicht zu dem, wie ich eigentlich ein Video drehen müsste. Weil ich zum Beispiel ja die Videos oft am Freitag oder Samstag gucken werde. Und das sind halt oft entweder Turniere oder ich trainiere da. Oder ich habe da ein Off-Day und an einem Off-Day möchte ich auch auf gar keinen Fall spielen. Weil das habe ich mir einfach so angeeignet. Zum Beispiel hatte ich jetzt auch die zwei Off-Days. Das hat mir so viel geholfen. Davor hatte ich mir wieder viel zu viel Kopf gemacht. Das ist auch ein ganz starker Tipp, den ich euch geben kann, Leute. Wenn ihr mal merkt, ihr seid zu hart mit dem Kopf drin. Ihr fangt an, irgendwie am Equipment rumzuschrauben, etc. Dann legt die Darts mal zwei Tage zur Seite. Dann habt ihr danach wieder so Bock zu spielen, dass es danach wieder automatisch sich gut anfühlt. Das verspreche ich euch. War auf jeden Fall wieder eine geile Experience. Ich war unterwegs mit Kevin Knoff. Der hat sein Bordfinale leider verloren. Also er hatte das Spiel um die Bühne quasi erreicht. Das Letzte, was er gebraucht hätte. Und dann war ich wieder mit Tobi und mit Benni unterwegs. War auf jeden Fall cool. Mit Kevin München haben wir dann vor Ort die ganze Zeit gechillt. Weil er ist auch einer meiner besten Homies auf jeden Fall auf der Tour. Auf der ich mich natürlich noch nicht so wirklich befinde. Aber ich tue mein Bestes. Habe also meine beiden Spiele bisher verloren. Ich habe viel Positives mitgenommen und habe auch genau gemerkt, okay, daran will ich jetzt arbeiten, so und so. Ich habe zum Beispiel auch eine Sache jetzt gelernt. Ich will eigentlich gar nicht mehr auf meinen Wurf achten, sondern ich will jetzt viel mehr Fokus lernen. Ich will fokussiert sein. Ich will auf das Ziel gucken. Nicht mehr drüber nachdenken, was mache ich mit dem Arm. Natürlich ist es wichtig, das mal reinzukriegen. Und die ersten fünf Minuten beim Einspiel kann man sich darauf auch ein bisschen konzentrieren. Aber danach aufs Ziel fokussieren. Das sind so Dinge, an denen ich auf jeden Fall jetzt arbeiten möchte. Ich kann euch aber so viel sagen. Wenn ihr mal Bock habt, so eine Host Nation Qualifier zu spielen, dann müsst ihr halt überlegen, wie ernst wollt ihr die Sache nehmen. Weil beispielsweise, wer die Q-School spielt, kann alle Host Nation Qualifier kostenlos spielen im nächsten Jahr. Und deswegen habe ich für meine beiden Host Nation Qualifier jeweils null Euro bezahlt, Startgeld. Das ist natürlich wirklich nice. Klar, man hat am Anfang des Jahres Q-School bezahlt. Und dieses Jahr ist es natürlich super ärgerlich aufgrund der Situation, dass es halt dann auch nur drei Möglichkeiten gab, dieses Ganze auszunutzen. Aber ja, so ist es halt. Aber sonst kann ich euch empfehlen, Leute, wer sich gut fühlt oder wer einfach die Leidenschaft hat. Weil da verbessert ihr euch. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich habe letzte Woche bei so einem Turnier in Berlin, habe ich so schlecht gespielt. Ich hatte halt so eine Gruppe, ich hatte noch nie so eine leichte Gruppe. Habe es am Ende auch natürlich dann geschafft. Aber ich habe in der Gruppe keinen Spaß gehabt. Und ich sage euch so viel, Leute. Klar, manchmal ist es witzig, so erste Runde mal eine schlechtere Auslosung zu haben. Aber das bringt euch nicht weiter. Und da kriegt man auch diesen Fokus nicht. Ich habe zum Beispiel eine Sache gelernt, hätte ich nie gedacht. Weil Jani hat zu mir früher immer gesagt, Marcel, halt den Puls unten. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, ganz unten spiele ich nicht so gut. Eine gewisse Grundaufregung gehört dazu und die macht einen irgendwie auch ein bisschen leistungsfähiger. Das heißt, nur entspannt an Bord sein ist vielleicht gar nicht der Way to go. Auf jeden Fall waren das richtig coole Erfahrungen. Gestern auch mit dem Rob Star gequatscht, der es auch auf die Bühne geschafft hat. Worauf ich aber hinaus wollte. Und zwar diese acht Startplätze, die es gestern gab. Gestern war die Chance des Lebens. Das sage ich euch auf jeden Fall. Also meine Gruppe war nicht die schwerste, aber auf keinen Fall die einfachste. Aber gestern eine, also man nennt es immer Gruppe, es ist nicht wirklich wie eine Gruppenphase, sondern man spielt trotzdem nur einmal, wenn man verliert. Aber es ist quasi ein Board, was dann zu Ende gespielt wird. Und am Ende dieses Boards hat sich einer qualifiziert. Und gestern haben teilweise, waren da Gruppen, da hätte ich mir auf jeden Fall, ich sage jetzt nicht, dass ich es da garantiert geschafft hätte, aber ich hätte mir Chancen ausgerechnet. Und das wäre natürlich krass, die European Tour auf der Bühne zu spielen. Und das als Spieler erreicht zu haben, ist natürlich ein großer Traum, den sich jeder irgendwie wünscht. Aber jetzt haben andere das geschafft und denen gönne ich das auch total. Und ich sage euch so viel, Leute, versucht es auf jeden Fall mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann euch diese Experience einfach nur empfehlen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin. Und ciao.